Um frisches Obst und Gemüse anzubauen, brauchen Sie nicht unbedingt einen Garten. Viele Obst- und Gemüsesorten eignen sich auch gut für Gefäße auf Balkon und Terrasse. Um einen guten Wasserabfluss zu gewährleisten, stellen Sie das Gefäß auf entsprechende Füsse. Legen Sie eine Tonscherbe auf das Abflussloch. Nun wird eine Drainage angelegt. Bedecken Sie den Boden mit einer Schicht Blähton. Auf den Blähton wird ein Vlies gelegt. Füllen Sie das Gefäß mit Erde auf und lockern Sie diese. Damit die Pflanze besser anwachsen kann, wird der Wurzelballen aufgerissen. Platzieren Sie nun die Pflanzen am gewünschten Ort. Pflanzen mit weichen Trieben benötigen eine Stütze, damit sie nicht unter der Last der Früchte zusammenbrechen. Um bei Tomatenpflanzen Pilzkrankheiten zu vermeiden, ist darauf zu achten, dass die Blätter die Erde nicht berühren. Die untersten Blätter werden daher entfernt. Die Pflanzen werden reichlich gegossen. In unserem Gartencenter erhalten Sie dekorative Beschriftungsschilder. Und zur Vorbeugung von Pilzkrankheiten einen Regenschutz für Tomaten und andere pilzanfällige Pflanzen. Für ein kräftiges Wachstum und reichen Ertrag werden die Pflanzen gedüngt. Der Dünger wird gut eingearbeitet. Auch Obstbäume eignen sich für Gefäße. Reissen Sie vor der Pflanzung den Wurzelballen auf. Verwenden Sie für die Pflanzung eine entsprechende Obst- und Beerenerde. Für eine gute Stabilität wird ein Stützpfahl eingeschlagen. Binden Sie den Baum locker fest, sodass das Bindematerial nicht einschneiden und den Baum verletzen kann. Wildobstarten wie der Aronia-Strauch eignen sich genauso gut für Balkon oder Terrasse wie verschiedene Gemüsesorten. Auch Beerenarten wie Erdbeeren, Johannisbeeren oder Kiwi können in Gefäße gepflanzt werden. Achten Sie bei der Pflanzung darauf, dass Sie über die ganze Saison immer etwas zu ernten haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017